Hallo, heute möchte ich Ihnen näher bringen, wie Sie mit Blogs gutes Geld verdienen können. Also Blogs sind ursprünglich eine Internetseite wie ein Tagebuch oder Journal. Aber in der Zwischenzeit bieten sich Blogs als hervorragendes Marketinginstrument an. Also die Blogger können, wenn sie es geschickt anstellen, sehr gutes Geld damit verdienen. Und wenn sie Partnerprogramme bewerben, brauchen sie nicht einmal ein Produkt dazu. Warum verdienen viele Blogger kein oder nur wenig Geld? Ja, weil sie nicht in einer Nische arbeiten mit ihrem Blog. Also sie berichten über alles und über ihr Privatleben, werden aber damit kein Geld verdienen. Das interessiert in Wirklichkeit niemanden. Die Leute wollen Informationen. Sie sind es gewöhnt, dass auf den Blogs Informationen zu finden sind. Und diese wollen sie auch haben. So. Und wie erzeugt man Blog Geld? Nachdem sie nun nur einen Blog eröffnet haben und im ersten interessanten Beitrag ein Nischenthema veröffentlicht haben, stellt sich nun die Frage, wie erzeugt man Blog Geld? Also es gibt die Möglichkeit, der Partnerprogramme bewerben. Sie suchen sich Affiliate-Programme und bewerben diese einfach. Aber das muss themenrelevant zu ihrem Blog sein. Also nicht einfach irgendwelche Werbung drauf einstellen, sondern wirklich Content, das zu ihrem Blog passt. Da ist zum Beispiel Affiliate, Zanox, App Butler, Tretabler, Commission Junction, Tegelbugs. Also es ist unbegrenzt, also da gibt es noch mehr, nur das sind die größten. Oder sie haben ein eigenes Produkt und bewerben dieses. Nur sollten sie immer bei ihrem Nischenthema bleiben, also nicht durcheinander schreiben. Oder sonst irgendein Blödsinn. So denken sie daran, der Besucher ihres Blogs sucht nach Informationen zu ihrem Nischenthema. Nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb sollten sie die Werbemittel auch dementsprechend auswählen. So. Und wie bekommen sie Besucher auf ihrem Blog? Also es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten. Blog-Kommentare ist eines der besten. So tragen sie sich ein, mit ihren Internetadressen, Namen. Und so erhalten sie gute Backlinks und Traffic von den anderen Blogs. Sie sollten themenrelevante Blogs anschreiben und Blogs mit hohem Page-Rank und hoher Traffic-Rate. Dann können sie sicher sein, dass sie schon mal Kunden gewinnen. Als weiteren Internet-Lesezeichen, Social Bookmarks ist auch etwas Gutes für den Blog. Ja und das und weitere Informationen finden sie auch auf meiner Seite. Das ist money2010.de zu Blog, Blog, Bloggen, Autoblogs, Blog Traffic. Also über Blog, Hoster und alles Weitere. Schauen sie nach. Es gibt auch ein Gratisgeschenk, ein Gratis-Download zum Thema Autobloggen, also Autoblog-Blogging-Software. Und sie erhalten ein Gratis-E-Book als Download. So, danke und bis zum nächsten Mal.